Meine Damen und Herren, während ich hier rede... Ich habe Sie doch jetzt gefragt, Frau Groth. Wenn Sie Angela Merkel jetzt zugehört haben, was ist für Sie das Wichtigste? Was war Ihr Verdienst? Fragen Sie bitte mal... Ja, auf jeden Fall. Was ist Ihr Verdienst? Sie sind doch Delegierte, oder? Ja, aber es hieß, vorne sollen keine Interviews geführt werden. Hier wird laut Bravo gerufen. Was ist das Verdienst der Kanzlerin? Warum rufen Sie so laut Bravo? Das ist eine Legende, das ist unsere Legende, Frau Kanzlerin Angela Merkel. Ohne Sie, ohne Sie, bin ich eigentlich keine CDU-Mitglieder. Sie hat eine große Anerkennung vor uns als Männchen gebracht. Vielen Dank, Frau Merkel.